Schmerzvolle Heilung. Nassierung ist jetzt wohl stärker. Trotzdem müssen wir die Infizierten erstmal ein bisschen schwächen, bevor wir die jetzt anwenden können. Okay, ja, haben wir uns 20% vielleicht. Okay, nicht zu schnell. Okay, ja, haben wir uns 20% vielleicht. Okay, ja, 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 ja. Okay, ja, 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 ja. Okay, ja, 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 ja. Okay, ja, 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 ja. Okay, 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 ja, 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 ja. Vielen Dank.